Heute haben wir einen spannenden Interviewgast bei uns. Christoph Juhn ist Steuerberater mit Spezialisierung für das Unternehmenssteuerrecht. Wir sprechen heute mit ihm über einige steuerliche Gegebenheiten, die man auch gerade als junger Unternehmer beachten sollte. Zusätzlich erhalten wir auch ein paar spannende Eindrücke oder Einblicke, wie wir als Investor beispielsweise bei Immobilien oder auch bei Aktien agieren sollten für eine ideale steuerliche Gestaltung. Bleibt also unbedingt dran! Hallo und herzlich willkommen bei Easy Finance, denn wie du weißt, Finance ist easy. Wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine. Ich bin mit dem lieben Christoph von Juhn Partner GmbH und mit meinem Bruder heute zusammen. Wir wollen Christoph mal interviewen und ihm ein paar Fragen stellen, Fragen auch persönlicherseits, aber auch Fragen über seine Firma. Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Christoph, du stellst dich einmal vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen, was du machst. Du machst ja auch YouTube, was du da für Videos drehst, dass einfach meine Zuschauer einmal erfahren, wer du überhaupt bist. Ja, sehr gerne. Ich habe in Köln Steuerrecht studiert und im Master dann Unternehmenssteuerrecht studiert, war nach dem Studium erst in zwei großen Kanzleien, zuletzt auch als Prokurist bei einer Gesellschaft, die deutschlandweit aktiv ist, damals mit über 100 Millionen Euro Umsatz, und habe mich dann zu einem gewissen Punkt selbstständig gemacht. Das war zum 1.1.2015 mit einer Kanzlei. Damals waren wir mit zwei Steuerberatern, haben uns selbstständig gemacht, dann war der Raum quasi leer und wir hatten nicht einen Mandanten. Und ich habe mich für das Steuerrecht entschieden, weil ich früher mit einem kleinen Ebay-Laden selbstständig war. Mit 17 habe ich so eine Genehmigung gehabt vom Amtsgericht, dass ich mich selbstständig machen durfte. Und dann war das größte Thema für so einen kleinen Selbstständigen immer die Steuern, die Buchhaltung. Da habe ich mich eingelesen und habe mich wie ein Unternehmer damit beschäftigt. Und ich fand das total spannend und habe gesagt, das möchte ich beherrschen, um später anderen Unternehmen damit weiterzuhelfen. Und dann habe ich mich quasi aus meinem kleinen Ebay-Laden, wo ich selber Unternehmer so ein bisschen war, mit dem Steuerwissen, habe ich beides so ein bisschen zusammengetan und habe die Kanzlei gegründet. Das läuft jetzt seit fünf Jahren sehr gut, sehr hervorragend. Wir sind online sehr aktiv, insbesondere bei YouTube, wo wir einfach jeden Mittwoch eine neue Steuergestaltung online bringen. Und wir haben da viele Follower, die einfach jeden Mittwoch darauf warten, dass sie ein Steuermodell mittwochs verraten bekommen. Wie man dann Steuern sparen kann. Also wusstest du quasi eigentlich schon mit 17, dass du selbstständig werden möchtest? Ja, genau. Also dass ich selbstständig werden wollte, war klar. Ich wusste da mit 17, 18 noch nicht, in welchem Bereich. BWL, Maschinenbau, Jura, das war so die Mischung. Und je mehr ich mich mit Buchhaltung und Steuern auseinandergesetzt habe, war klar, ich will das mit Steuerrecht machen, ja. Und das ist ja eigentlich relativ besonders, dass du ja auch in dem Bereich Steuern den Weg gewählt hast, online Präsenz, dass du auf YouTube aktiv bist, dass du auf Instagram aktiv bist. Wie kam das da? Das war ja bestimmt nicht, dass du direkt am Anfang deiner Karriere gesagt hast, dass du das machen willst. Oder wusstest du das schon direkt, dass du den Schritt gehen möchtest, in die Öffentlichkeit, mehr auf YouTube aktiv sein möchtest? Weil das ist ja eigentlich sehr untypisch. Ja, das stimmt. Es gibt auch noch einen anderen untypischen Aspekt, der kam vorher bei uns. Ich gucke auf die Steuerthematik eher wie ein Unternehmer, weil ich ja früher mein eigenes Business, kleines Business hatte. Und da geht es immer darum, Steuern zu sparen. Und das ist meistens ein anderer Blickwinkel, wie viele andere haben. Und so ging das ganze Studium einmal durch. Und während des ganzen Studiums habe ich schon die ganzen Gestaltungsmodelle magisch aufgesaugt und gespeichert und habe auch eine Akte voller Gestaltungsmodelle mitgenommen und die fortentwickelt. Und wie ich mich dann selbstständig gemacht habe, ist mir klar geworden, das saugen Unternehmer auch so auf, wie ich es aufgesaugt habe. Und die haben das auch immer weiterempfohlen. Das hat hervorragend funktioniert. Und ich habe überlegt, wie kann ich extrem multiplizieren, das Wissen. Und das machen wir unter anderem über YouTube. Und wenn wir ein Video online stellen, das hat 10.000 Klicks, dann weiß ich, 10.000 Leute im Hintergrund interessieren sich gerade für das Steuersparmodell. Was völlig legitim ist natürlich. Was anderes dürften wir auch gar nicht. Und das wäre eben die Möglichkeit, YouTube für uns, dass wir diese Steuermodelle einer breiten Maße zur Verfügung stellen, anstatt einem Mandanten empfiehlt, also vier Augen Gespräch, der das dann vielleicht nochmal ein, zwei Mal weiterempfiehlt. Und da ist halt YouTube eine ganz andere Grundlage für. Hast du denn inzwischen auch gemerkt, dass über YouTube oder über Instagram andere Arten von Mandanten kommen als über den normalen Flow? Positive und negative Seiten. Die positiven Seiten sind, es kommen sehr persönliche Mandate. Also im Frühjahr hat man sich einen Steuerberater über eine Empfehlung ausgesucht. Dann hätte ich euch gesagt, der Steuerberater Müller um die Ecke, der ist gut, dann werdet ihr hingegangen und ihr hättet gar nicht gewusst, ob der wirklich zu euch passt. Bei mir ist das anders. Bei mir guckt sich jemand nicht nur ein oder zwei Videos an. Ein durchschnittlicher Besucher guckt sich drei Videos an. Aber der, der dann tatsächlich anruft, die kommen teilweise und sagen, ich habe mir fast alle Videos angeguckt. Das sind aktuell knapp 100. Und der hat natürlich schon eine persönliche Bindung aufgebaut. Der weiß ganz genau, wie ich bin. Und der weiß, dass ich für ihn der richtige Mandant bin. Das ist spannend. Der kennt mich vorher schon. Und das ist das Gute daran. Und dann passt das umgedreht meistens genauso. Weil wenn er mich sympathisch findet, finde ich manchmal auch menschlich sympathisch. Und die Geschäftsmodelle passen zusammen. Also die Probleme, die er im Unternehmenssteuerrecht hat, passen zu den Themen, die ich online behandle. Umgedreht erreicht man natürlich eine unglaubliche Preismasse. Nicht nur auf Unternehmer, sondern auch Privatpersonen und Ähnliches, die sich dann auch melden. Und da müssen wir mal sagen, unsere Kanzlei hat sich eigentlich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert. Also auf GmbHs. Meistens ab eine Million Euro Umsatz. Wir betreuen zwar die Gesellschaft, der Geschäftsführer im Hintergrund mit. Aber manchmal rufen halt auch andere Mandanten an. Und da müssen wir auch gucken. Manchmal betreuen wir die mit. Dann geht das kapazitätstechnisch manchmal aber auch nicht. Also was jetzt bei mir auch war, also ich verfolge dich auch schon etwas länger. Ich war letztes Jahr einmal auf einem Steuerseminar, wo auch viele Steuerhacks zum Unternehmenssteuerrecht uns vorgepriesen wurden. Das hat jetzt auch einiges gekostet. Und habe mich da auch eigentlich beraten geführt. Und habe dann aber gemerkt, dass du ähnliche Punkte auch kostenlos über YouTube bewirbst. Ich dachte, möchtest du jetzt gar nicht auch in so eine Schiene gehen und da so Seminare anbieten, sondern nur halt Mandanten so über YouTube ziehen? Oder wäre das auch eine Idee, was du auch zusätzlich machen könntest? Ja, also wir haben es noch nicht gestartet, aber wir haben unser Programm Steuergestaltung 12.0, was demnächst anläuft, wo wir zwölf Monate lang parallel zu dem normalen Steuerberater die Second Opinion für den Mandanten sind und jeden Monat zwölf Monate lang ein Gestaltungsmodell mit dem Mandanten, den begleiten und das dann auch praktisch vorantreiben. Und dann kann er sich, muss er nicht alle zwölf Modelle rausholen, dann nimmt er sich so die zwei, drei Besten für ihn und die werden dann umgesetzt durch den Mandanten. Ja, das machen wir. Das haben wir noch nicht gestartet. Wenn ihr meinen YouTube-Kanal verfolgt, wisst ihr, das ist so eine Herzensangelegenheit. Ich mache das einfach total gerne. Und vielleicht ist das kaufmännisch auch nicht sinnvoll oder zielführend, aber ich habe das gestartet, weil es mir Spaß macht. Das ist ja das Wichtigste im Endeffekt. Also man merkt ja auch bei dir, du vermittelst das und man merkt deine Freude dabei. Also auch für Leute, die sich mit dem Thema wahrscheinlich nicht so gut auseinandergesetzt haben vor oder damit davon noch keine Ahnung haben, erklärst du das wirklich super anschaulich und man merkt, dass du das nicht machst, weil du damit Geld verdienen willst, sondern weil du Spaß daran hast und den Leuten gerne dein Wissen vermittelst. Also das kommt auch auf jeden Fall als Feedback einmal, dass das auf jeden Fall rüberkommt beim Zuschauer. Der merkt das. Ja, so ist es. Und dann stand halt der kaufmännische Teil eigentlich an zweiter Stelle. Jetzt haben wir so viele Anfragen. Wir merken auch, die Anfragen sind immer die gleiche. Sie sind sehr ähnlich. Und das wollen wir jetzt einfach mit diesem Programm Steuergestaltung 12.0 auch in Seminare bringen. Aber es wird bleiben. Ich werde jeden Mittwoch eine Gestaltung kostenlos zur Verfügung stellen. Die sind dann meistens 5 bis 10 Minuten, also jetzt nicht sehr ausgiebig. Und in dem Programm geht das natürlich über mehrere Stunden mit Musterverträgen bis ins Detail. Das ist dann so diese Skalierbarkeit, die man als Unternehmer dann... Ja, genau. Das muss man so sagen. Das ist das dann. Ja, genau. Zu schön. Und könntest du vielleicht unseren Zuschauern ein paar Tipps mitgeben, weil wir haben viele Zuschauer, die auch anfangen wollen und ein Unternehmen gründen wollen. Aber meistens halt ist dieser Steueraspekt für viele ein bisschen verschreckend. Die kennen sich damit nicht aus, dass du vielleicht gerade für Jungunternehmer irgendwelche Tipps hast, die mitnehmen können auf ihren Weg, damit sie vielleicht, was das Thema Steuern angeht, schon mal ein bisschen gewappnet sind und da Kenntnisse haben, dass du da vielleicht ein paar kurze Tipps denen geben könntest. Sehr gerne. Ich kann einfach mal erklären, wie man sowas am einfachsten macht. Also wir nehmen jetzt mal den Markus und der Markus ist 23, Student, studiert eigentlich Vollzeit an der Universität, irgendwas und will sich jetzt nebenberuflich selbstständig machen. Und wie macht der Markus das? Der muss sich zuerst überlegen, ob er, wir nennen das, gewerblich tätig ist, das ist Anlage G, also für gewerblich, oder selbstständig. Selbstständig denken alle, ja, der Handwerker ist auch selbstständig, aber im Steuerrecht bedeutet es selbstständig, das ist die Anlage S, dass man Freiberufler ist, also als Unternehmensberater oder was eigentlich ein studentisches Wissen verkauft, wo man vorher für studiert hat. Und da muss man sich erstmal kategorisieren, ist man Anlage G oder Anlage S. Wenn man auch das Studium noch nicht fertig hat, dann kann man auch keinen Abschluss quasi, kein Know-how in dem Sinne verkaufen, da wird man wahrscheinlich im gewerblichen Bereich sein. Und dann geht man einfach zur Gemeinde und zur Stadt und registriert dort sein Gewerbe. Also einmal googeln, Antrag, Gewerbeanmeldung und registriert. Das kostet 10, 20, 25 Euro, je nach Gemeinde gar nicht viel. Und das füllt man aus, das kann man auch komplett alleine machen. Man schreibt mal Name, Adresse, Telefonnummer und rein, was man machen möchte. Der möchte zum Beispiel online handeln bei Amazon mit Tassen, weil er die günstig einkaufen kann, teurer verkaufen kann. Handeln mit Tassen an und Verkauf. Ganz einfach. Die Gemeinde oder die Stadt wird das automatisch weitergeben zum Finanzamt, die Daten. Und das Finanzamt sagt, schickt dann einen Brief, den Fragebogen auf steuerliche Erfassung. Und da muss man auch da wieder alles ausfüllen, Name, Adresse, was man macht und wie viel Umsatz man ist. Und ab dem Augenblick ist man so genannter Einzelunternehmer. Das ist die kleinste Form, dass das Allereinfachste machen kann. Also nicht eingetragener Kaufmann, das ist schon die größere Form. Nicht GbR, das wäre für mehrere zusammen. Einfach ganz normaler, kleiner Einzelunternehmer. Und dann bekommt man auch eine separate Steuernummer. Und in diesem Fragebogen, da kommen zwei Punkte, die sind besonders wichtig. Das eine sind die Gewinne, die man in den nächsten Jahren plant. Dann sollte man realistisch schätzen. Zu niedrig, dann kommt irgendwann die große Steuernachzahlung zu hoch. Dann hat man so viele Vorauszahlungen, das ist auch nicht gut. Und das andere ist, wie viel Umsatz. Umsatz ist ja immer das, was man einnimmt und Gewinn das, was eigentlich am Ende übrig bleibt. Der Umsatz ist also höher, den muss man auch schätzen. Und da kommt es bei der Frage eigentlich nur darauf an, ist man über 22.000 Euro Umsatz im Jahr, weil dann ist man umsatzsteuerpflichtig. Muss man 19%, also aktuell 16% abführen. Und wenn man da drunter ist, muss man die 16% eben nicht abführen. Und dann ist es total einfach, weil dann brauche ich nur einmal im Jahr eine Jahreserklärung abzugeben. Wenn ich aber drüber bin, dann will das Finanzamt die ersten zwei Kalenderjahre. Das heißt, wenn ich jetzt im August oder im September 2020 anfange, muss ich 2020 das ganze Jahr und 2021 kannst du hier monatlich unsere Steuervoranmeldung abgeben. Über 22. Bin ich unter 22, werde ich vom Finanzamt in Ruhe gelassen. Und dann muss ich erst im nächsten Jahr, im Jahr 2021, meine 2020er Steuererklärung abgeben. Und das kann man mit dem Elster-Programm machen, was komplett kostenlos ist. Man kann aber auch sich eine Software dafür holen. Man kann natürlich auch zum Steuerberater gehen, aber ich würde sagen, wenn jemand ein bisschen ein kaufmännisches Gefühl hat, wenn er BWL studiert oder Wirtschaftsinformatik, dann sollte man sich doch selber damit auseinandersetzen. Dann bekommt man das selber ganz gut hin. Und dann ist wichtig, dass man dann die Einkommensteuererklärung macht. Die ist immer so aufgebaut, dass man einen sogenannten Mantelbogen hat. Den muss jeder machen, ob angestellt, selbstständig, großer Unternehmer, immer kleiner Mantelbogen. Und da kommen verschiedene Anlagen dabei. Und da steht nur die Adresse quasi drin und dann kommt vielleicht noch eine Anlage Vorsorge rein, wenn man Rentenversicherung, Krankenversicherungsbeiträge zahlt. Hat fast jeder. Wenn man Angestellter ist, dann ist man nicht selbstständig, also angestellter Gegenteil von nicht selbstständig, dann ist das die Anlage N. Da muss man noch eine Anlage N hinzufügen. Unser Kandidat, der Markus, 23 Student, nebenbei noch was Unternehmerisches, der packt dann die Anlage G rein, weil er handelt ja als Gewerbetreibender mit Tassen. Dann braucht er die Anlage G. Und die Anlage G, da muss er den Gewinn eintragen, die hängt immer noch zusammen mit einer weiteren Anlage, das ist die Anlage EÜR, Einnahmenüberschussrechnung. Da muss er im Grunde alle Einnahmen des Jahres minus alle Ausgaben aufsummieren. Dafür bewahrt er alle Rechnungen, die er schreibt auf, er bewahrt alle Eingangsrechnungen auf, die ganzen Kosten, die er hat, bewahrt er auf, die addiert er und gibt diese in die Anlage Einnahmenüberschussrechnung rein, sodass man oben sieht, alle Einnahmen und dann die Kosten, in Fahrzeugkosten, in Mietkosten, in Wareneinkaufskosten, in Personalkosten und unterm Strich bleibt der Gewinn übrig. Und das ist eigentlich für jeden durchaus machbar. Das denke ich auch. Auf jeden Fall. Also kommen wir jetzt nochmal vielleicht auf das Thema Finanzen, weil das uns ja auch interessiert oder unseren Followern. Gibt es da einen Unterschied, wenn man jetzt, sagen wir mal, in Aktien oder in Wien investiert, ob man das jetzt privat macht oder als Firma, als GmbH jetzt beispielsweise? Ja, wenn man das privat macht, zahlt man auf, es gibt ja zwei große Arten von Einkünften, Dividenden und Veräußerungsgewinne. Gibt es die Aktien, die ich nur halte für die Wertsteigerung, um irgendwann Veräußerungsgewinne zu haben oder die Dividenden, die eigentlich konstant bleiben, aber hohe Dividenden abschmeißen. Im Privatbereich werden beide Arten komplett gleich besteuert. 25 Prozent Kapitalertragsteuer, das ist auch abgeltende Wirkung, das brauchen wir da noch nicht mal in die Steuererklärung einzugeben, weil die Banken automatisch 25 Prozent einbehalten von dem Auszahlungsbetrag. Das ist total einfach. Wenn ihr das mit einer GmbH macht, dann wird zwischen beiden Einkaufsarten unterschieden. Die Veräußerungsgewinne, das ist eigentlich erstmal ziemlich gut, werden nur mit 1,5 Prozent besteuert. Und dann ist das Geld zu 98,5 nachsteuern, eben komplett fast steuerfrei in der GmbH drin. Wenn ihr Dividenden bekommt, müsst ihr mindestens, es gibt zwei Grenzen, für Körperschaftsteuer über 10 Prozent und bei Gewerbesteuer über 15 Prozent beteiligt sein, damit die Dividenden steuerfrei sind. Wenn ihr an der Telekom AG beteiligt seid, ich glaube nicht, dass wir da über 15 Prozent Grenze kommen. Da sind wir irgendwo bei 0,0001 oder so. Wenn ihr aber an einem anderen Startup euch beteiligt, wo ihr vielleicht 50 Prozent habt, macht das Sinn, weil dann sind auch Dividenden komplett steuerfrei. Aber für so Aktien, die ihr kauft und Dividenden erwartet, das führt ja zu einer Doppelbesteuerung, weil ich muss ja erst nochmal komplette Besteuerung zahlen, weil ich die Steuerbefragung eben nicht bekomme in der Holding, also in der GmbH. Und irgendwann muss ich das der GmbH nochmal ausschütten, nochmal mit 25 Prozent. Also Dividenden werden schlecht besteuert in der GmbH. Veräußerungsgewinne, erstmal nur mit 1,5, kann ich reinvestieren und wenn ich die ausschütten möchte, nochmal 25. Aber dann bin ich ja fast bei dem gleichen wie als Privatperson. Nur erstmal schiebe ich die Steuerformel lange her und kann reinvestieren. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Also würdest du sagen, eher so Gross-Aktien wie Tesla oder Amazon, eher über die GmbH und so Dividendentitel wie Coca-Cola dann eher privat? Ja, das ist eine gute Strategie. Definitiv. Und wie sieht es bei Immobilien aus? Gute Frage. Ganz viele Vor- und Nachteile auf privater Ebene und in der Immobilien GmbH drin. Wenn ich privat eine Immobilie kaufe, dann muss ich die Mieteinnahmen hoch versteuern mit teilweise Spitzensteuersatz von 0 bis 45 Prozent. Aber ich habe den Vorteil, wenn ich verkaufe, nach 10 Jahren ist der Veräußerungsgrund steuerfrei. So Vor- und Nachteile auf privater Seite. In einer Immobilien GmbH, das sind GmbHs, die nur Immobilien vermieten, die dürfen jetzt nicht noch Tassen an- und verkaufen. Die dürfen nur Immobilien kaufen, halten und vermieten. Dann zahle ich auf die Mieteinnahmen nicht 30 Prozent, sondern nur einen halben Satz. 15 Prozent Körperschaftsteuer. Das nennt man eine erweiterte Kürzung bei der Gewerbesteuer. Also nur 15 Prozent Körperschaftsteuer. Das ist ja total wenig. Aber wenn ich die Immobilien irgendwann verkaufe, muss ich die leider auch komplett versteuern. Auch hier gilt, Immobilien, die ich langfristig halte, kann ich am besten, wo ich über die Erträge meine Gewinne erzielen möchte, packe ich in die GmbH rein. Immobilien, die ich nach 10, 11, 12 Jahren dann doch wieder verkaufen möchte, die kaufe ich privat. Oder man macht so eine Mischung. Man kauft die Immobilie erst privat, die steigt im Wert von 100.000 Euro dann auf 150.000 Euro. Ich schreibe die privat ab und dann verkaufe ich die an meine eigene GmbH. Also über so Strategien kann man auch nachdenken. Oder es geht doch auch, dass man dann Immobilien-GmbH extra macht und das so eine Art Tochterfirma deiner Holding ist und man würde dann nicht die Immobilie, sondern eher die GmbH verkaufen, hätte dann noch auch einen stöhnlichen Vorteil. Das ist natürlich ein cooles Modell, ja. Es machen ja viele Unternehmer, die gründen nicht nur die GmbH, sondern die gründen erst ein Holding-GmbH, das ist eigentlich eine leere GmbH und diese Holding-GmbH gründet dann die Tochtergesellschaft. Warum? Weil die Holding-Gesellschaft kann ja eine Tochterkapitalgesellschaft, ob GmbH oder AG, ist ja beides das Gleiche, beim steuerfrei verkaufen. Also bis auf 1,5%. Deswegen gründen ganz viele so Holding-Strukturen, auch im Start-up-Bereich. Und der nächste Vorteil ist, dass die operative GmbH, die ja die ganzen Mitarbeiter hat, wenn die Gewinne macht, kann die die steuerfrei in die Holding ausschütten. Und dann nehme ich die Gelder aus der Holding und gründe noch eine zweite Tochter-Immobilien-GmbH und gebe das Geld dann in die Immobilien-GmbH, kaufe damit dann Immobilien. Und dann nutze ich da noch den nächsten Trick, ich muss nur 15% Steuern auf die Mieteinnahmen zahlen und ich verkaufe dann nicht die Immobilien, sondern die Holding-GmbH verkauft die komplette Tochter-Immobilien-GmbH, weil wir gesagt haben, dass eine GmbH eine andere GmbH wieder mit nur 1,5% Steuern verkaufen kann. Und dann kaufe ich von euch eben nicht die Fritz-Müller-Straße in Frankfurt, sondern ich kaufe die komplette GmbH. Meine Mandanten nennen die meistens auch so. Das nennen die Fritz-Straße, Frankfurt, GmbH. Und dann haben die ganz viele GmbHs, weil sie für jede Stadt und für jede Straße und für jedes Objekt teilweise eigene GmbHs gegründet haben. Also denkst du eigentlich, dass, also viele denken ja, Deutschland ist ein Hochsteuerland, aber eigentlich gibt es ja legale Mittel der Gestaltung, die eigentlich Deutschland schon interessant macht von der Steuerseite her, oder? Ja, das ist natürlich immer so, dass internationale Politik habe ich niedriger Steuersätze, ziehe ich mehr Steuersubstrat an, also mehr besteuerungspflichtige Bürger, ja. Wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt, ist das nicht hoch. Was das für den normalen Bürger als hoch empfinden lässt, ist, dass der, wenn der schon 50.000 Euro verdient und es kommt noch was on top, wird das mit 42% besteuert. Das ist aber nicht alles. Zu 42% kommt ja nochmal 20%. Genau in dem Bereich kommen wir 20% Sozialabgaben, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung und top. Also wird es plus Soli, plus Kirchensteuer, wird es fast mit 65, 70% im Extremfall besteuert. Und das fühlt sich natürlich gerade von 50.000 bis 60.000 Euro so hart und so viel an, dass man das Gefühl hat, Deutschland nimmt da echt viel von den Einnahmen weg. Aber im Unternehmensbereich ist das eben nicht so. Also wenn ich 30% Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer zahle, ist das jetzt nicht viel für ein Unternehmen. Da denken ja wahrscheinlich einfach viele, die haben Angst, jetzt irgendwie ins Unternehmertum zu wechseln, aber hätten da auch eigentlich die bessere Chancen, mehr Geld anzuhelfen über irgendwie so eine Holdingstruktur oder über die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Genau, weil das hängt ja auch an, du kannst eine Holdingstruktur gründen, zahlst nur 1,5% auf die Dividenden, operative Unternehmensgewinne werden nur mit 30% erstmal versteuert, du kannst die reinvestieren, so die steuerlichen Aspekte da, du kannst natürlich auch Kosten, Fahrt, einen Firmenwagen und ähnliches besser abziehen. Und als Unternehmer bist du halt bei der Sozialversicherung auch anders strukturiert, weil als Angestellter musst du ganz normal Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherung bezahlen. Und als Unternehmer kannst du von der gesetzlichen Rentenversicherung rüber in die private, die gerade bei jungen Leuten ein bisschen niedriger ist. Du kannst, du musst gar nichts in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, bist dann für dich selbst verantwortlich und bei der Rentenversicherung kannst du auch in die private Rentenversicherung einzahlen oder sein lassen, sollte man nicht empfehlen, man sollte schon irgendwie ein bisschen vorsorgen, aber die privaten Rentenversicherungen sind in der Regel ein bisschen besser, kann man so sagen. Und da hast du natürlich die Sozialabgaben auch viel besser im Griff. Ich würde sagen, das wäre es, vielen Dank. Gerne. An deiner Stelle möchtest du noch irgendwie abschließend irgendeinen Tipp steuerlicherseits meinen Zuschauern, egal ob sie gründen wollen oder nicht, mit auf den Weg geben? Ja, wenn, eure Züggreppe ist ja so zwischen 20 und 25 auch unter anderem, da sind ja einige dabei, wenn sie studieren und sie sind gerade machen Bachelor, dann können die Studiengebühren als Sonderausgaben abgezogen werden, können in dem Jahr mit Einkünften verrechnet werden, wenn da keine Einkünfte sind, kann man die Kosten leider nicht abziehen. Wenn man da beim Master kommt, geht das rüber zu Werbungskosten und dann kann man auch Verlustvorträge generieren und da also unbedingt alle Kosten aufbewahren, Fahrtkosten zur Uni, Bibliothekarsbesuche und so weiter, alle Bücher immer Quittung sortieren, weil irgendwann ihr arbeitet, könnt ihr rückwirkend für die Jahre Steuererklärung abgeben, kommt natürlich an die Verlustzone rein, wenn ihr nicht selbstständig seid und könnt dann in den ersten Jahr, wo ihr anfangt zu arbeiten, direkt diese Verluste letzten Jahre geltend machen und dann bekommt ihr natürlich ordentlich viel Steuern erstattet. Also an sowas sollte man denken, ja. Das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Ich bedanke mich und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, eure Isi. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ihr einige Tipps für euch auch mitnehmen konntet. In der Beschreibung habe ich auch die Social Media Kanäle von Christoph Juhn verlinkt, sodass ihr noch mehr spannende Steuertipps erhalten könnt. Lasst bei ihm auch unbedingt ein Abo da, denn in den kommenden Tagen wird es auch ein Video auf seinem Kanal geben, in dem er unsere Unternehmensstruktur mit uns ein wenig analysiert und bespricht. Da solltet ihr auf jeden Fall dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, eure Isi.